die hallo und herzlich willkommen zurück zu BF3 Multiplayer Jendrik und mir mal wieder ja, du lach, tika do pala bachamba ja, wir sind in der Squad gerade gejoint und ich bin total schlecht ach nee, wir sind alle ganz toll und besten hier ja, wir sind voll die New Camer ja, der Admin hat gesagt, wir sollen nicht so gut spielen sonst wird das auch nicht fair ich bin auch immer der gleiche Vollidiot, der immer versucht gegen die Wand zu laufen also ich will ja sagen, so eine Sniper ist echt geil und ich treffe auch meistens, nur die macht halt keinen Mannschaft oh Gott, wieso sind die Typen alle so lahm und wollen campen das ist voll bescheuert weißt du, ich laufe immer voll rein vielleicht ein bisschen Fehler wieso leckt das bei mir gerade so extrem heftig? das weiß ich nicht vielleicht nimmst du, äh, na gut, du hast auch Ultra aufgenommen ich hab auch davor immer auf Ultra aufgenommen, auf höhere Einstellung ich hab die Einstellung jetzt runtergestellt äh, das versteh ich nicht, tut mir leid dafür bin ich nicht ausgebildet das ist schon wieder der Tod zu be- äh es leckt aber tatsächlich übelst gerade also soll ich ballistisch nehmen? das muss ich gleich auf Mittel stellen also, das will ich zwar nicht, oder nur auf hoch das wäre auch schon was ah, ich merke gerade, ich hab keinen Ton an ich will den Typen wiederbeleben ach, verdammt ich hab generell keinen Ton an ah das ist nicht so gut, dass ich ich, ich glaube, das ist gerade zu scheiße ich, ich glaube, das ist gerade zu scheiße ich, ich glaube, das ist gerade zu scheiße ich mache jetzt mal die Effektqualität auch nur noch auf hoch und Schattenqualität auch auf hoch so V-Sync würde ich aber anlassen weil das ey, ich stink, ey, wir haben eine Granate und ey, ey ach, kacke wirklich grafeln ah, das läuft doch flüssiger hoffe ich doch was hast du denn gemacht? was ist los? hallo, ich will ich hab jetzt nun ich hab jetzt zwei Sachen auf hoch gestellt also Schattenqualität und Effektqualität auf hoch statt äh, Ultrazeug hier danke, dass du schon wieder in mich reinlust das finde ich sehr nett oh mein Gott, ich hab gerade nur Zeichen von wegen, wie der Belegung immer diese Camper, ey und dann, 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 dann sehe ich immer noch wie hohes Level die sind und hab nix dazugelernt ich glaub's ja wohl nicht na gut, man sollte mit einer Sniper vielleicht auch ein bisschen passiver spielen Granate, ich hoffe, ich kill die, die ist mal wie dieses ein ja war zweigekillt was ist mit dem los? hallo was ist da los? scheiße, wieso sterbe ich eigentlich immer erst danach? kannst du mir das erklären? ich sterbe immer erst, wenn ich schon wieder in Deckung bin ja, das kenne ich zu gut oh verdammte Gott, das ist gerade wieder dein Leben hallo und ein besser Jure Betta im Betta-Mann Baterfly, Baterfly und was du hast, Butterfly je, ne, Butterfly habe ich nicht so verboten ja, aber trotzdem derzeit kann ich halte jetzt einfach mal mit Granate, in der Falle, ich habe eingekriegt, könnte mich irgendwie wiederbeleben ja, wo bist du denn? ach ne, ich habe jetzt nur noch ein Raketen-Ware-Brand statt ja, das ist mal ein Paket, sag ich schon was habe ich denn sonst noch so, das bringt doch mal nichts M416 oder so, ah, ich wurde doch wiederbelebt und wurde sofort wieder getötet von der Kaiser-Chef die sind eigentlich immer alle tot, wenn ich versuche zu joinen ich bin auch am Leben ja, aber eben warst du tot, als ich gejoint bin eben, 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 noch mehrere Jahre her wo kam der denn jetzt her? Gegner eliminiert, M416-2 mein sehr cool ah, verdammt, jetzt versuche ich irgendwelche Typen wieder zu beleben und sterbe im nächsten Augenblick und konnte den nicht wiederbeleben, weil er schon wieder gejoint ist ich habe echt kein Glück mehr oh, Freunde ich habe 20 Mal versucht, jemanden wieder zu überleben äh, zu überleben in der letzten Runde und es hat nicht geklappt, ich habe es einfach gejoint sagen, auf dieser Map ich bin einfach dauertod weil ich sehe die Gegner einfach so spät, dass ich, äh man kann auf dieser Map dauertod sein? mja, also ich sehe den Gegner am Binnen-Ware-Brand ich habe eine Reanimation gekriegt, das ist immerhin was jetzt habe ich auch eine Reanimation gekriegt okay, ich bin zwar sowieso fast durch, aber ey, Mann, mein Gott, ey so, Granate verdammt, ich bin immer wieder so gut und treffe nicht ähm, was nehmen wir denn mal wieder? ich bin immer noch ein Sniper wieder ernsthaft ich hatte ich habe eine Reik- ich habe meine Granate ungefähr 10 Sekunden, äh 10 Millisekunden zu spät äh, zu früh geworfen da sind gerade zwei Gegner es ist einer reingelaufen und einer ist wieder zurückgelaufen, glaube ich lol das finde ich immer so lustig Granaten können zwar Wände also, es können zwar Raketen Wände zerstören aber irgendwie Hilfe verkehrt durch Niederhaltung die Reanimation ja, weil da hinten einer wenn der AUK A3 gekampt hat ja, ich bin jetzt nein, es gibt kein Camp es ist taktisches absichern ach das, ja, stimmt das machen wir gerade alle also, mit ich glaube, vier Leuten wir liegen hier nur rum und warten drauf, dass die gehen noch reinlaufen AUK A3, ganz schöne Waffe, Leute könnt ihr mal gerne aufbieren falls ihr auch... Scheiße, jetzt kommt der Gegner von der Handzeite die sind zu blöd so, bitte, ihr wollt mich eigentlich wiederbeleben er sitzt auf dem Dach und gilt mich und nicht nur so, ja, klar aha, Mama, Schublade die Typen sind unfähig das sind vier Medics und keiner von kann mich wiederbeleben nicht mir fehlen die Worte irgendwie und ich wurde revived von ich höre gerade nichts aber ja, egal und ich bin echt zu blöd muss ich sagen, ich bin echt zu blöd und nicht überhaupt Ich lebe noch, ey, wer hat das gedacht? Wer hat das gedacht, dass ich das hier überlebe? LOL, C4 Sprengstoff, Spawn Kill, 2 Sekunden losgelaufen, tot. Ne, ne, das ist, wir spielen ganz viel, nicht LOL. Und mit Granate, das heißt, ich bin schon wieder fast tot. Na, hör mir nicht zu. Wir spielen hier nicht LOL. Wieso? Nein, nein! Oh mein Gott, ich wurde wiederbelebt und laufe in eine Granate rein. Nein, komm mal! Das ist echt unfair. Und wurde wiederbelebt. Double Reanimation. Bist du da? Der immer wiederbelebt. Na? Ich glaube, ich muss mal was sagen, der Schottgang. Versuch auf Entfernung, um Leute zu filmen. Ich treffe auch mit der Schottgang, das ist ja nicht das Problem. Nur, das gilt halt nicht. Äh, super. Na, also. Kann das sein, dass ich jetzt zur Ecke gar nicht mehr rauskomme? So, falls sich jemand wundert, warum ich auf einmal weg bin, vielleicht. Dann liegt das daran, dass man Internet-Auswohnung muss. Ich wohne alles noch in so einem, äh, wie nimmt man das? Hauswohnung, bei der ich... Wir wohnen so etwas, das sich nennt Hauswohnung. Nein, das nennt sich Eltern. Alles denn? Hm. Eltern machen Regeln. Ich muss mir nicht aussuchen. Der Typ ist schon tot. Gut. Das ist sehr fast. Ich hab so auf ihn gezielt, aber er ist dadurch nicht verletzt worden. Wahrscheinlich sind die Rundkugel gerade so. Die Rundkugel gerade so. Die Rundkugel sind wahrscheinlich. Ich hab dann Medi-Pack. Ich hab dann auch. Und geh an ihr. Und geh an ihr. Ich hab dann auch. Aua, ach achte. Aua, achte. Aua, achte. Aua, achte. Hey, mal jetzt einer bei mir. Diese schießen hier gerade alle uns gegenseitig ab. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich laufen muss, bis ich auf dem Gegner treffe, aber irgendwie sind die auf allen Seiten. Ja, das Gefühl habe ich aber gerade auch. Ich werde eine Granate haben, aber ich habe keine mehr. LOL. Sniper steht dahinter, während die anderen vorlaufen. Wieso kann ich bei dir eigentlich nicht spawnen? Ist die Map zu klein? Nein, die ist ziemlich klein, ja. Wahrscheinlich kann man deswegen nicht spawnen. Und Alter, es leckt gerade echt ernsthaft übelst. So, Granate. Okay, tot, Granate, tot, Granate. Auk. Ja, das war kein... Das war nicht mein Kind. Warte, ich schieße den voll zwei Kilometer auf die Birne. Und ein Typ hat erlebt das. Wieso ist das gerade auch so jetzt? Ich bin 13. Cool, ich habe 14 und 13. Ich habe eine positive KD. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Du bist ja auch voll gut. Das denkst du. Ich denke nicht, ich handel. Das Problem habe ich manchmal auch. Auch... Es kann nicht so viel sein, als ich kenne. Oh, granate, granate! Schon wieder ein Gegner in den Miner , oder? Aber... Er geht nicht im Hintergrund, Dann geht es mit der Shotgun auf ihn. Läuft einer von meinen, der den Schuss hat, und er verändert natürlich, dass der andere weiter rausgeht. Er geht uns natürlich beide. hier so hier haben wir vielen Dank an Teamwork, richtig tolle Arbeit Wo bist du überhaupt? Ich seh dich nicht Ah, da vorne Oh, Magel Magazine, alle und tot Hilfe bei Kill, Hilfe bei Kill durch Niederhaltung, tot Und mal gucken, wenn ich mich in die Slacks freischalte für die Schotty für meine Schotty-Carotti Hilfe bei Kill 92, Hilfe bei Kill durch Niederhaltung Wieso krieg ich für eine Killhilfe mehr Punkte als für einen Kill Was? Was hilfst du von mir? Wieso krieg ich für eine Killhilfe Wieso krieg ich dafür mehr Punkte als für einen Kill? 90 Kills freut mich in dem Video noch Weißt du an, was mich das Ganze gerade erinnert? Total an Halo Deck Es ist gerade genauso planlos Ja, weil es einfach nur solche Gegend stirbst einfach die ganze Zeit Ja, und vor allem so von wegen Spawnkill und da ist ein Glishar, der oben im Ast drin sitzt Ich kenne auch nirgendwo einen irgendwie Ort, wo ich mich verstecken kann oder nicht verstecken, aber wo ich weiß, hinter mir ist kein Gegner Und ich laufe mir so Wieso schießt der Typ mich ab? Wieso schießt der Typ mich ab? Noa, mounted usst Granata, Granata, Granata verbissen wenn du Hey Ich so die ganze Zeit F weil ich wollte Maarja das habe ich auch schon gemacht Das habe ich schon mal im Flug gemacht Das war echt unbrak적으로 dann habe ich versucht zu messern obwohl ichạo Granate da unten werfen wollte Auf deinem Lieblingsserver war das auf Norscher im Server auch mal gleich mal Granate und wenn ich eine Granate werfe da kommen den Gegner nicht eine Trommelung sehr gut und ich spon in einer Granate das habe ich geschafft wenn es das ist dann 11 ich glaube natürlich aus dem Weg 20.000 Gegner Ja, man sollte vielleicht hier auch nicht mit 64 Mann spielen. Das ist vielleicht ein bisschen... Dieser Bischel übertriebe. Ja, klar. Auf dem Dach wieder. Ich kieße echt so einen an der Waffe, ne? Ja, nicht auf dem Dach. Der ist außen rumgelaufen. Und ich habe keinen gekillt mit der Granate. So, aber ich wurde wiederbelebt. Das ist schon etwas. Das ist doch mal schön. Retter sogar noch gekriegt. Also wenn ich mal den Kill einfach ordentlich... Okay, als Spaynoop kriegt man hier sogar noch Punkte. Nur für Hilfe durch... Hilfe bei Kill. F2000, auch sehr schöne Waffe. Design, okay, kann man sich so bestreiten, aber... So, Granate natürlich nicht. Ja, das stimmt. Es geht ja nicht um irgendwas. Gegner eliminiert. Sehr schön. Ich muss sagen, ich komme mit den Pistolen sehr gut zurecht. Ich bin jetzt Avenger. Welche denn? Alle. Alle ist immer nur nötig. Ja, ne, ich nehme eine Pistole, mache ich mehr Kills als mit normalen Waffen. Ich sehe einen Gegner, aber er ist hinter einer anderen Wand. Das ist so gut zu treffen. Hab ich, aber er ist... Wir sind bei dir schon wieder tot. Oh, das ist am Einer schon wieder. Ich schieße dich auf meine Leute, ey, das gibt's nicht. Wo bist denn du? Da vorne. Ich hab dich, warte, ich belebe dich wieder. Bittschön. Ich mich noch frage, warum mein Sohn-Kolli so schlecht ist. Lol, ich hab den Typ nicht einmal getroffen. Das ist, äh... Jetzt aber. Wenn du kurz wartest, dann belebe ich dich wieder. Ich bin tot. Er lebe schon wieder, meine ich. Oh, danke schön. Jetzt bin ich wegen dir da reingelaufen. Und bin tot. Das finde ich gerade echt nett. Oh, 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 oh